Glück auf Schatz aus dem Schachtel, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute will ich mit euch meinen Gaming-PC zusammenbauen, auf was ihr alles achten müsst, wie man das Ganze zusammenbaut und das Ganze ist mit freundlicher Unterstützung von BeQuiet. Willkommen Leute zum dritten Teil und letzten Teil. Ich möchte mit euch heute die restlichen Komponenten verbauen. Als erstes fangen wir mal mit meinen SSDs an, meinen Festplatten sozusagen. Ich habe hier einmal die Samsung 850 Evo und einmal die Samsung 850 Pro. Das Ganze kann man wunderbar bei dem Silent Base 800 auf der Rückseite anbringen. Dazu entnehmt ihr einfach die Halterung mit der einen Schraube, die ich gerade gelöst habe, wie ihr schon gesehen habt. Und dann kann man einfach die SSD auf die Halterung aufschrauben. Ist überhaupt kein Hexenwerk. Und dann kann man das Ganze auf der Rückseite vom PC-Gehäuse wieder anbringen und erspart natürlich einiges an Kabelei von dem Rechner. Ja, der nächste Schritt ist natürlich dann das Ganze auch mal miteinander zu verkabeln. Ihr seht schon hier, wir wollen jetzt mal die SATA-Kabel anschließen. Ist im Prinzip auch nicht wirklich schwierig. Ihr müsst nur darauf achten, dass die Steckplätze eine 11 rum haben, dass ihr dann wirklich auch das Kabel richtig rumhaltet. Und wenn ihr das Ganze dann angesteckt habt, dann solltet ihr natürlich auch direkt die Kabeln verlegen. Zumindest dahin ziehen, wo sie dann mal hin sollen. Funktioniert halt hier auch ziemlich gut mit den orangenen Gummimuffen, wie ich es im ersten Video schon mal gesagt hatte. Mir ist kein besserer Name eingefallen. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall eure Kabel nach hinten durchlegen. Hat man dann das Ganze verlegt, ist es eigentlich auch gar nicht mehr so weit bis zum Schluss. Wir haben jetzt hier noch das Straight Power 10, mein neues Netzteil, auch von BeQuiet. Ist ein sehr, sehr gutes Netzteil mit 80 Plus Gold Zertifizierung. Also ein sehr effektives Netzteil. Ihr habt halt hier bei dem Netzteil den Vorteil, dass das Ganze auch noch fast komplett modular ist. Das bedeutet, ihr könnt eure Kabel eigentlich so anschließen, wie ihr es braucht. Ihr müsst nicht mehr alle Kabeln irgendwie verlegen. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn das eine Kabel auch noch modular gewesen wäre. Aber ansonsten wirklich ein sehr, sehr schönes Netzteil. Ihr seht schon hier den großen Lüfter. Ist auch ein Silent Wing. Und ihr seht jetzt hier bei dem Aussteller, das ist nicht kreisförmig, sondern ein bisschen oval. Und das Ganze auch abgeschrägt. Dient einfach dazu, dass die Luft besser angezogen wird. Und natürlich dementsprechend der Lüfter leiser laufen kann und trotzdem eine hohe Kühlleistung hat. Ja, beim Verbauen von dem Netzteil ist natürlich darauf zu achten, dass der Lüfter am besten nach unten zeigt. Deshalb haben wir ja auch unten den Filter und die Halterung. Das Ganze dann einfach eingesetzt und hinten nochmal festgeschraubt. Und dann passt das Ganze auch schon. Der nächste Schritt wäre natürlich jetzt mal die Powerknöpfe, die von oben kommen, anzuschließen. Dazu habt ihr hier den Adapter. Ihr seht schon, da steht eigentlich alles drauf, wie ihr was anzuschließen habt. Und natürlich auch die Kabeln, die von oben kommen, sind auch beschriftet. Also sollte euch nicht schwerfallen. Und dann könnt ihr das Ganze einfach aufs Mainboard aufstecken. Und da spart natürlich einiges an Arbeit, wenn ihr das direkt am Mainboard anschließen müsst. Und hat man dann alles angeschlossen und die Kabeln gut verlegt, dann kann man versuchen, den Seitendeckel zuzumachen. Ihr werdet wahrscheinlich beim ersten Versuch, den Deckel nicht zubekommen. Zumindest ging es mir so. Ich habe das Ganze dann nochmal neu verkabelt und dann ging auch der Deckel einwandfrei bei mir zu. Ihr solltet auf jeden Fall hier drauf achten, dass ihr kein Kabel irgendwie quetscht, weil das echt schade wäre. Der nächste Schritt wäre natürlich dann, die Grafikkarte auszupacken. Ein richtiges Highlight. Ich habe mich da wirklich extrem drauf gefreut. Ich habe hier die Asus GeForce GTX 970. Ich habe mich für die 970 Variante entschieden, weil es einfach preis-leistungsmäßig momentan das Beste ist, was ihr euch kaufen könnt. Zum einen hat es natürlich wirklich extrem viel Leistung und der Leistungsunterschied zur GTX 980 ist ziemlich gering. Dafür finde ich den Aufpreis auf jeden Fall nicht gerechtfertigt. Und der Vorteil bei der Asus GeForce GTX 970 ist einfach, dass die Lüfter komplett ausschalten, wenn die Grafikkarte nicht gebraucht wird. Sprich, euer Rechner läuft dadurch viel leiser und natürlich ist auch der Stromverbrauch etwas geringer. Wenn man das Ganze hier einmal geöffnet hat, hat man hier so einen schönen schwarzen Karton. Also ich finde das generell sehr, sehr edel gemacht. Ich werde es auch auf jeden Fall bei mir ins Gaming-Zimmer stellen, weil das Ganze mir sehr gut gefällt. Und wenn man natürlich den Karton öffnet, ist es wie üblich erstmal Beschreibungen und CDs mit irgendwelchen Treibern, die sowieso im Internet die aktuelleren sind. Solltet ihr auf jeden Fall, finde ich, immer aus dem Internet herunterladen. Ihr könnt natürlich auch die CD verwenden, aber meistens sind die Treiber da etwas veraltend. Wenn man dann das Ganze einmal ausgepackt hat, sieht man dann auch schon die Grafikkarte unten. Und das ist einfach ein richtiges Mod-Teil. Ich hätte nie gedacht, dass das Ganze so groß ist. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass ihr wirklich ein gutes PC-Gehäuse habt. Ansonsten könnt ihr das Ganze nicht verbauen, hatte ich auch im ersten Video schon mal erwähnt. Ihr seht jetzt hier anhand meiner Hände, dass die Grafikkarte wirklich sehr, sehr groß ist. Ist natürlich optisch auch sehr, sehr schick. Das Ganze natürlich schwarz gehalten und passt extrem gut in meinen Gaming-Rechner hinein. Wir haben hier zweimal DVI-Anschluss, einmal HDMI und einmal den Displayport. Jetzt kommt natürlich der Teil, der öfters mal ein bisschen schwierig ist. Und zwar, ihr müsst die große Grafikkarte einbauen. Das ist oftmals eine sehr, sehr enge Angelegenheit. Das kommt halt je nachdem drauf an, was ihr für ein Mainboard habt. Ich muss auch hier ein bisschen probieren, dass ich die Grafikkarte reinbekommen habe, weil es halt durch diesen Kühler, den ihr hinten seht, ziemlich eng gewesen ist. Aber es hat auf jeden Fall prima funktioniert und reingepasst. Und natürlich muss man dann auch die Grafikkarte noch mit Strom versorgen. Ansonsten funktioniert das Ganze natürlich nicht. Hier seht ihr jetzt mal meinen fast fertigen Rechner. Jetzt fehlt eigentlich bloß noch die CPU-Kühlung. Ich habe mich dann für die kompakte Wasserkühlung von Corsair entschieden. Und zwar die H110. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Beziehungsweise kann ich euch ja jetzt schon sagen, weil ich das Ganze nachkommentiert, dass es eine gute Entscheidung war. Die Kühlung ist echt richtig super. Und auch die Geräusche sind sehr, sehr leise. Und ich war halt am Anfang ziemlich gespannt, wie man das Ganze verbaut. Ob das einfach ist. Und ich musste auch sagen, dass es ziemlich einfach ist, so eine kompakte Wasserkühlung zu verbauen. Das ist schon einfacher als einige andere CPU-Kühler, weil ihr oftmals gar nicht richtig an die Schrauben rankommt, was natürlich extrem schade ist. Ihr seht schon hier das Ganze einmal geöffnet. Habt ihr viele kleine Einzelteile. Liegt einfach daran, dass ihr verschiedene Halterungen für Intel und AMD Sockeln habt. Da müsst ihr dann halt einfach schauen, was ihr halt für eine CPU habt und was ihr dafür für Halterungen braucht. Am Anfang war ich ein bisschen überrascht, dass man halt doch so viele kleine Bauteile hat, die man erst zusammenstecken muss. Aber durch die gute Beschreibung war das eigentlich auch kein Problem. Man musste zwar beim ersten ein bisschen überlegen, wie rum das Ganze jetzt zusammengesteckt wird. Aber ist im Prinzip auch nicht allzu schwierig gewesen. Hat man dann das Ganze zusammengebaut, kann man eigentlich damit beginnen, die Kühlung im Gehäuse zu verstauen. Ich habe natürlich erstmal geschaut, wo ich das Ganze am besten unterbringen kann. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich einfach diesen großen Körber inne ins Gehäuse schraube und einfach oben drauf meine Lüfter. Ihr müsst natürlich hier drauf achten, dass die Lüfter auch in die richtige Richtung drehen, sodass die Luft von innen nach außen transportiert wird und das Ganze natürlich auch gekühlt wird. Und dann müsst ihr eigentlich bloß noch die Schrauben, die wir vorhin zusammengeklickt haben, hier auf das Mainboard aufschrauben und dann ist das Ganze auch eigentlich schon fertig. Jetzt ist natürlich der große Test und zwar funktioniert dann alles, was man gebaut hat. Und Leute, ich muss euch sagen, wenn man einfach an diesem Punkt angekommen ist, man das wirklich komplett zusammengebaut hat und man schaltet den Rechner das erste Mal ein, man freut sich wie ein kleines Kind zu Weihnachten, wenn es Geschenke gibt oder die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen, war auf jeden Fall ein richtig krasses, tolles Gefühl. Ich habe mich auch mega gefreut, dass ich mal so ein Mammutprojekt einfach stemmen konnte und natürlich auch auf die Unterstützung von BeQuite bauen durfte. Das hat natürlich mir den gewissen Anschub gegeben, das Ganze durchzuziehen. Es war wirklich viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Es hat mega viel Spaß gemacht und ihr seht ja auch hier, der Rechner sieht einfach nur richtig geil aus und ich bin froh, dass ich das Ganze bei mir jetzt im Zimmer stehen habe. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze fleißig teilt und auf jeden Fall richtig krass die Daumen nach oben vergewaltigt. Ansonsten Leute, war es das jetzt auch. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall den Daumen nach oben. Ansonsten bleibt geschmeidig, lagerflockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black, AMS.